Okay, mein erster Ivarok also. Cool. Ja, das wird aber easy und schnell gehen. Wird wahrscheinlich eine Minute das Video. Oder auch nicht, weil ich es jetzt erstmal verzogen habe. So, jetzt aber. Ja, und das war es eigentlich schon. Jetzt mache ich den Wölbelattack und dann ist er fertig. So. Okay, ein bisschen hat er doch überlebt. Na gut. Ach du meine Güte. Damn. Der hat mich gewonnen. Ich war Full Heal, oder? Okay, ich habe ein bisschen was abbekommen, als er mich runtergeschossen hat. Oh. Junge, dicke Töne gespuckt und dann direkt voll das Gegenteil gemacht, soll gesehen. Ja, wird schnell gehen, ne? Easy going. Hehe. So, jetzt aber, oder? Wirf mal dein Ding, kann man das ja nicht zurückschleudern, ja, ne? Kann man schon, bringt nur nichts. Schade. Mann, haut zu! So, den Du davon habe ich schon entdeckt. Sehr gut. Oh, das war sogar ein Seltener oder sowas, ne? Sonst wäre die Waffe da jetzt nicht so, beziehungsweise seine, oder ein Leuchten da. Ja, ist ja Selda. So. Yes. Ja, wo machen wir den dran? Ja, guck mal hier, Eisfugelschwert mit Angriffskraft plus. Yeah. Schön. Dann, uh, you are back to this one again. Amen.